Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Erklärvideo. Es ist in der Legetechnik gestaltet und wir möchten es nutzen, um ein wenig über uns zu erzählen. Wir, das ist das Team vom Wiener Bildungsserver, einem von der Stadt Wien geförderten Verein. Unser Anliegen ist es, die Medienkompetenz Wiener Kinder und Jugendlicher im Kindergarten, Schule und im außerschulischen Bereich unter Zuhilfenamen moderner Informationstechnologien zu fördern. Zu diesem Zweck betreiben wir die Webseiten das Lehrerinnenweb, den Medienkindergarten, das Kidsweb und die KiwiTek, auf denen wir medienpädagogische Inhalte zur Verfügung stellen. Die größten Teile dieser Inhalte sind offene Bildungsressourcen, die Sie verwenden, verändern und gerne auch teilen können. Außerdem gestalten wir Workshops zu den Themen Robotik, hier im Bild der WIBI und Maskottchen, Coding und Interactive Whiteboard. Termine finden Sie am Lehrerinnenweb und hier unter dem Video. Nun ein kleiner Einblick, was Sie bei uns genau finden können. Wenn Sie auf der Suche sind nach Einstiegstools, die Ihren Unterricht oder Ihre Projekte mit geringem Aufwand digital ergänzen, schauen Sie vorbei in unseren Beiträgen. Dort hat unsere Redakteurin unterschiedliche Werkzeuge gesammelt für die verschiedensten Fächer. Unter der Rubrik Praxis im Bereich Praxisideen haben wir viele Ideen für Sie gesammelt, zum Beispiel zum Deutschunterricht mit WhatsApp oder auch zu den Themen wie meine Fotos im Internet oder eine Schnitzeljagd 2.0. Wir sammeln auch Informationen über unzählige Apps und Programme und testen Sie, inwiefern Sie für eine Nutzung mit Kindern und Jugendlichen geeignet scheinen. Ein besonderes Anliegen ist es uns, die kreativen Ideen im medienpädagogischen Bereich von Lehrerinnen und Lehrern direkt aus der Praxis vor den Vorhang zu holen. Dazu geht unsere Redakteurin oft an Schulen und diese Reportagen finden Sie dann ebenfalls am Lehrerinnenweb. Einige engagierte Lehrerinnen und Lehrer haben auch bereits eigene Ideen im Praxisideenbereich veröffentlicht. Auch hierzu finden Sie einige Links unter dem Video. Unser Ziel ist es, Sie als Begleiterinnen und Begleiter von Lernprozessen auf Ihrem Weg digitale Werkzeuge im Unterricht einzusetzen, zu unterstützen. Dazu wollen wir immer wieder neue Ideen und Inspirationen bieten. Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldungen, Fragen und Anregungen und würden uns freuen, wenn Sie auf unseren Webs vorbeischauen würden oder persönlich bei einem unserer Workshops. Bis bald! Bis bald!